Hallo zusammen und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben 2016 und das ist das erste Video des neuen Jahres. Ich wollte mich zurückmelden aus den Ferien und ich hoffe sehr, du hattest eine erholsame Zeit und konntest deine Batterien wieder aufladen und mit neuer Frische in das neue Jahr beginnen. Wir werden am Wochenende umziehen. Hier steht ein Umzug an in der Schweiz und deswegen stehe ich vor dieser Kiste, aber nicht nur deswegen, sondern auch weil es einige sehr spannende neue Projekte gibt in 2016 für dich und ich möchte heute über das erste schon berichten, denn im Februar, ab dem 3. Februar um genau genommen oder genau zu sagen, werde ich mit einer neuen Trainingsserie beginnen, kostenfrei für dich und zwar wird es darum gehen um diese Dinge hier. Hinter mir besuche ich so lange, um Pakete und Pakete und Preise. In meiner Zusammenarbeit mit Experten und Solopreneuren stelle ich immer wieder eine Sache ganz klar fest, nämlich dass die Art und Weise wie du deine Expertise, deine Dienstleistungen in attraktiven Pakete verpackst und wie man diese mit Preise versieht, die wirtschaftlich sind, die für die Kunden Sinn machen, dir Freude machen, dich inspirieren. Diese Fähigkeit, das zu tun, ist eine weit unterschätzte Marketingfähigkeit. Viele reden hinsichtlich Marketing über Sichtbarkeit und andere Marketingstrategien, aber Preisenpakete gehören genauso wichtig zu dem gesamten Marketingkonzept wie auch die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die richtige Zielgruppe, Positionierung und andere Komponenten. Und im Februar widmen wir uns diesem Thema Pakete und Preise. Und ich habe es immer wieder erfahren und gesehen, wenn man das richtig hinbekommt, kann es den Unterschied machen, der den Unterschied macht. Ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern eine SMS bekommen von jemandem, mit dem ich in November gearbeitet habe. An seiner Pakete und Preise und er hat mir geschrieben, wow, das zweite Mal mein Full-Service-Paket gebucht in diesem Jahr. Ich habe dadurch in einem Tag so viel verdient wie in manchen Jahren zuvor. Also ein entscheidender Unterschied. Und ich möchte, dass du auch dieses Wissen erlangst. Und zum allerersten Mal werde ich ein Training halten, was ich normalerweise sonst mit meinen Privat 1 zu 1 Kunden mache, mit der Öffentlichkeit. Mit dir, wenn du möchtest. Aber bevor ich diesen Kurs auf den Markt bringe, ab dem 3. Februar, diese Serie, diese Trainingserie, hätte ich sehr, sehr gerne deine Unterstützung. Würdest du mir helfen? Wenn du mir helfen möchtest, dann klicke hier in der Nähe von diesem Video. Es wird ein Video im Newsletter erscheinen oder auf Facebook oder vielleicht liest du es gerade auf meiner Webseite oder auf dem Blog. In der unmittelbaren Nähe wird es einen Link geben. Klicke drauf und nimm bitte an die Umfrage teil. Die Umfrage wird mir helfen, zu verstehen, wo du Herausforderungen in der Vergangenheit gehabt hast hinsichtlich der Gestaltung deiner Pakete und Preise oder wo du heute noch damit zu kämpfen hast und wo du dir Sorgen machst oder wo du Verwirrung hast diesbezüglich. Und es wird mir helfen, zu verstehen, wie dein Mindset gerade ist darüber. Also hast du das Gefühl, du darfst das verlangen, was du auch verlangen möchtest und was du wert bist und weißt du, was du wert bist? Also wenn du teilnimmst an der Umfrage, wird es mir helfen. Und einige andere weitere Fragen, wir stehen da drauf. Es wird fünf Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen und ich werde viel mehr in der Lage sein, diese Serie, diese Trainingserie maßgeschneidert auf deine Bedürfnisse zu gestalten, zu schneiden. Und dieses Training könnte für dich in Frage kommen, auch danach, wenn du mir hilfst, wenn du Endkonsumenten ansprichst, Privatsahler, ob du im B2B-Bereich tätig bist, ob du gerade dir Gedanken machst, deine Online-Kurse zu bepreisen. Ganz egal, weil wir werden auch einige wirklich sehr kompetente Experten dabei haben. Wer diese Personen sind, wirst du demnächst erfahren. Also danke im Voraus sehr herzlich für deine Unterstützung bei dieser Umfrage und wenn du teilnimmst, kriegst du sicher einen Platz im Webinar, die sonst wirklich begrenzt ist auf 100 Personen. Also ich werde sicherstellen, dass du reinkommst, bevor die anderen, wenn du an die Umfrage teilnimmst. Danke im Voraus und wir sehen uns sehr bald. Tschüss!